Jo Jo Peace Leute, was geht? Hier wieder auf meinem Kanal Steve's Game Kitchen. Endlich ist es soweit, wir fliegen nach Palma. Und ja, da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich werde jetzt einchecken und dann, wenn wir noch vieles vieles mehr filmen, mit dem gesamten Flug. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt durch die Security Kontrolle durchgekommen und ja, jetzt werden wir dann demnächst fliegen in etwa eineinhalb Stunden. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt und dann erreichen wir bald Palma de Mallorca. Wir holen uns jetzt ein Bier. Jetzt zwar kein gescheites Bier, aber es ist ein Radler. Prost! Da kann ja uns nichts mehr aufhalten. Dann kann ja gleich der Flug beginnen. Wisst ihr, von dem ganzen Birgesaufe, zumindest von dem Radler, muss ich ziemlich viel pinkeln immer. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall noch Chips kaufen. Die werde ich jetzt noch ein bisschen vernaschen. Und dann wird schon bald unser Flugzeug nach Palma de Mallorca fliegen. So, jetzt laufe ich dann zum Jau! Jau! So, jetzt laufe ich dann zum Gate 14, weil das ist jetzt der falsche Gate, ich habe hier bloß mein Handy noch aufgeladen und ja, dann müssten wir auch jeden Moment gleich abfliegen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen heute noch, deswegen nicht ganz pünktlich. An uns fliegt es nicht, Sie wissen, wenn Sie öfter fliegen, das ist genanntes Loch. Mein Name istcherner. Schau mal rein. Schau mal rein. Schau mal rein. Was sind heute? Weil das doch mutig ist. Nö? Ja, ne? Ich bin bei dir. Ja, 신�mann. Also meine Freunde, ich bin hier jetzt schnell auf dem Klo. Und ich werde versuchen noch auf jeden Fall eine Aufnahme am Fenster zu machen. Aber kurz bevor wir hier in Malle sind und dann jawoll. Ich bin hier in Malle. 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 Ich kann zeigen, ob wir uns gehen. So, geschafft. Gut gelandet in Palma. Und jetzt gehen wir unsere Koffer holen. Ja, und das war's dann langsam auch schon. So, jetzt werden die Koffer geholt. Ich hab die Nummer 13. Jo. Okay meine Freunde, das war's schon. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Und ja, Palma de Mallorca, schönes Wetter. Und ja, ziemlich geil hier. Seid gespannt auf das nächste Video. Jo. 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 Jo.